Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spirit of Adventure. Wir waren in der letzten Folge hinter uns in der Bücherei, haben dort gelesen, dass Soma einen magischen Spiegel haben möchte, mit dem man Exorzismen durchführen kann, ohne dass man den Besessenen töten muss. Wir wissen zwar noch nicht, was es mit uns zu tun hat, aber wir behalten das mal im Hinterkopf. So, dann sind wir jetzt bereit, den nächsten bunten Punkt auf unserer Karte anzusteuern. Und zwar kamen wir, glaube ich, von Süden. Ah, wir gehen mal nach Norden. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da müsste auch irgendwas sein. Ja, Spiel. Ja. Lapa, der Bürgermeister, öffnet selbst. Mit diesen Worten verabschiedet sich Lapa und führt uns hinaus. Also, Soma und Radin sind Magier. Okay, Radin ist ja der, wo wir vermuten, dass er vielleicht Dreck am Stecken hat. Bei dem haben wir die Option, ihn zu töten, wenn wir in seinem Haus sind. So, und wir wissen, dass... Ähm, Soma will eine Nachricht von Lapa haben. Haben wir die jetzt? Oder ich glaube, nicht als Zettel, aber vielleicht zumindest als, ja, Vermerk in unserem Gedächtnis. Hm. Also gehen wir gleich nochmal zurück zu Soma, aber zuerst schauen wir mal noch die anderen beiden bunten Flecken, die hier noch sind. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Also, wir müssen uns jetzt nach Osten wenden, dort über die Kreuzung stiefeln und da sind Rechts- und Linkspunkte. Jetzt erstmal nach links. Schauen wir mal, wer dort so ist. Also, Lapa war doch der Bürgermeister, ne? Okay, da sind wir jetzt vielleicht in seinem Büro. Unter den Anschlägen findet sich ein merkwürdiger... Niserti... 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 Hä? Okay, das ist wahrscheinlich verschlüsselt. Denn ein Ausrufezeichen und ein Komma mitten im Wort macht relativ wenig Sinn. Ähm... Nach typischer Might-and-Magic-Manier würde ich das jetzt übereinander schreiben. Und zwar... Auf einer Breite von dem ersten Wort wahrscheinlich. Anna der Wächter führt uns nach längerer Zeit in ein Zimmer, wo hinter dem Schreibtisch ein jüngerer Mann sitzt, der uns nett begrüßt. Wir freuen uns über eure Ankunft. Okay, verschieben wir das Entschlüssel mal auf später. Das Spiel hat uns jetzt auch nicht wirklich Zeit gelassen, ist von selbst weitergesprungen. Zuerst werde ich euch zehn Goldstücke abnehmen. Alle Besucher Bratanias haben diesen Beitrag zu leisten. Außerdem lässt Lapa unser Stadtprimus ausrichten. Ihr mögt ihn doch zu Hause besuchen. Er wohnt gleich hier nebenan. Okay, da waren wir. Dann wirft man uns raus. Ich schicke euch mal eine drei Sekunden Pause und schaue mir das in meinem Videogedächtnis nochmal an und versuche aus diesem Buchstabensalat irgendwie schlau zu werden. Also, wenn ich es rausfinde, erkläre ich euch auch warum und wieso und weshalb und was es heißt. Also, drei Sekunden. So, da bin ich wieder. Die Taktik, es zu entschlüsseln, war von jedem der einzelnen Wörter zuerst den ersten Buchstaben zu lesen, von allen Wörtern deinen zweiten Buchstaben, von allen Wörtern den dritten und so weiter. Gegen Ende wird es dann ein bisschen konfus. Fuss, vielleicht ein Rechtschreibefehler, ein bisschen Dinge verrückt, keine Ahnung. Aber ich glaube, es heißt folgendes. Nehmt nach dem Schlüssel, geht zu meinem Haus und ihr werdet das Erhoffte finden. Soma oder gezeichnet Soma, wobei ich glaube, gezeichnet habe ich eher da nicht gelesen, aber auf jeden Fall hat es Soma geschrieben. Also Soma möchte, dass wir nach dem Schlüssel nehmen und dann zu Somas Haus gehen. Wobei ich aber aufgeschrieben hatte, dass Narim einen Schlüssel von uns haben möchte. Keine Ahnung, wie da jetzt unbedingt ein Schuh draus wird, aber wir schauen uns mal noch weiter um. Moment, wo habe ich denn die Karte schon wieder hingetan? Gib mir ein Sekündchen, Karte von Brataia. So, dann sind wir wieder on track. Wir waren jetzt da hinten und ich habe ja gesagt, dass gegenüber auch noch was ist. Dann gehen wir dort mal noch rein und dann machen wir uns wieder einen Kopf. Hallo Leute, grüßt ein Schlanker in eine lange Robe gehüllter Mann. Hallo Orames. Magier. Kristallladen, können wir bei dir auch den Kristall aufladen? Das konnten wir doch schon bei dem Kartenhändler. Oder nee, da konnten wir ein Kristall kaufen. Und hier könnten wir aufladen. Welcher Kristall soll geladen werden? Wir haben nur einen. Ja gut, 2000. Das Geld will ich jetzt da erstmal nicht ausgeben. Erst wenn es irgendwie knapp wird oder so. Aber können wir uns mit dir bitte noch unterhalten? Und zwar möchte ich von dir wissen, ob du vielleicht einen Spruch hast, so als Magier. Na, da keine Ahnung von. Danke für deine Hilfe. Ja gut, man kann auch diese Runensprüche herausfinden, indem man ein bisschen experimentiert. Dadurch, dass man ja immer diese Quelle, Weg und Zielgeschichte hat, kann man da irgendwie auch kreativ werden. Aber verschieben wir mal später. So, dann möchte ich dich aber noch nach dem magischen Spiegel fragen, den man für einen Exorzismus benutzen kann. Weißt du darüber was? Da weißt du nichts drüber. Wann wisst ihr überhaupt mal irgendwas? Ja gut, dann Rowena, so das Übliche. Hatte keine Ahnung. Dann, ja gut, die Träume. Hoffentlich verlieren die Träume wieder an Einfluss. Okay, hier ist gegen Drogen. Naja, von der Drogen hat auch keine Ahnung. Ja, ich könnte ihn jetzt noch nach den ganzen Personen fragen. Aber wie gesagt, ich habe nicht so das Gefühl, dass sich mit Leuten unterhalten hier wirklich viel bringt. Also sagen wir mal Tschüss. So, wobei, hätten wir da drüben noch durchsuchen können, dass wir vielleicht dort noch einen Schlüssel oder irgendwas finden? Weil da, wir sollen hier den Schlüssel nehmen. So, da ist ja das, was ich entschlüsselt hatte. Nee, dann fliegen wir direkt raus. Suchen ist da nicht. Oder haben wir den Schlüssel eingesteckt? Ah, Diamant. Nee, die Schriftrollen ist das letzte, was wir gekauft haben. Und bei Barbar ist auch als letztes der Diamant. Also haben wir keinen Schlüssel. Hm. Aber wie gesagt, ich habe aufgeschrieben, dass Narim von uns einen Schlüssel haben möchte. Ähm, okay, wir haben noch ein buntes Kästchen. Nee, zwei bunte Kästchen haben wir, glaube ich, noch. Hm, ja. Da gehen wir dort mal noch hin. Vielleicht erklärt sich das dann alles von selbst. Genau, das weiß man nicht. So, wir müssen, müssen, müssen nach Süden. Zack, zack. Und Süden bis zur zweiten rechts. Erste rechts. Zweite rechts. So, und da geradeaus ist noch was. Ah, das sieht nach Kloster aus. Wem, Mond City? Ja, gut, das übliche Held erschaffen, speichern und was auch immer. Da können wir uns nur unterhalten. Hallo, was kann ich für euch tun, edle Abenteurer, fragt Heron lächelnd. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wir fragen mal das Übliche. Ein Spiegel, hatte keine Ahnung. Weißt du was über deine Kollegin Rowena? Natürlich kenne ich Rowena. Sie ist die Klostervorsteherin in Mond City und unser aller Vorbild. Auch wenn ich in letzter Zeit einige Entscheidungen nicht ganz, nicht ganz einsichtig waren. Welche Entscheidungen? Oder Entscheidungen? Nee. Ja, keine Ahnung, was er damit meint. Dann weißt du bestimmt noch was über die Träume. Verkommenes Pack, aber extrem gefährlich. Und Opita? Da hat er keine Ahnung von. Dann... Fangen wir mal nach einem Schlüssel. Da hat er keine Ahnung von. Spiegel. Oder auch mal nach den Fischen nochmal. Hier gibt es ja auch eine Fischseuche. Er isst wahrscheinlich keinen Fisch, genauso wie ich. Ja gut, dann nach Lapa und wie auch immer alle hießen. Narem. Ups. Den guten Radin. Da auch keine Ahnung von. Ich bin kein Freund von dieser. Gib Begriffe ein, ohne dass du wirklich einen Plan hast, was du tust. Kennst du vielleicht einen Spruch für uns? Nein, gehen da nicht. Na gut. Aber das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, wäre zu... Moment, wer wollte die Nachricht haben? Soma. Dann gehen wir nochmal zu Soma und sagen hier mal Tschüss. So, wo war nochmal Somas Haus? Ähm. Hm, denk nach. Ich glaub da oben irgendwo. Na, wird sich schon finden. Ähm. Ja. Hier muss man oft mehrmals verlassen drücken. Frag mich nicht, wieso. So, wir gehen nach Norden, bis es nicht mehr geht. Und dann sehen wir weiter. Ich glaub, das war da oben. Weil es gab ja Somas Residenz oder so irgendwas. Und es gab das Haus, wo Soma wirklich war. Und jetzt müssen wir noch kämpfen gegen Hexen. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was die alten Optionen waren. Deswegen setzen wir neu. So, du parierst, du machst Psy-Kampf auf den Geist. Und du auch, möge der Geist uns nicht auf den Geist gehen. Verursacht Sturmhexe, spricht Zauber und lässt fünf Luftgeister erscheinen. Äh, können wir bitte fliehen? Bitte? Vielleicht? Bitte, Spiel. Ja, irgendwas ist tot. Sturmhexe. Eine Sturmhexe ist tot, aber... Gibt's wirklich fünf Sumpfmonster, fünf Luftgeister? Können wir bitte gehen? Nein, wir können nicht gehen. Okay, dann alte Optionen und hoffen. Äh, so. Jetzt sind zwei Sturmhexen tot. Lord Silver Fox hat ein bisschen was abbekommen. Okami. Oh, Baba hat ein bisschen mehr geistig abbekommen. Die Geister gehen wohl auf Geist, ja. J.B.O. Dragon. Oh, J.B.O. Dragon. Mach keinen Scheiß. Wir möchten bitte gerne gehen. Oh. Okay. Ähm. Weiß noch irgendjemand, wo der Heiler war? Ähm, Moment. Zuerst mal überlegen, wo wir überhaupt gerade sind. Der Heiler war, meine ich, da oben. Also, bis es nicht mehr geht, dann hier so. Die nächste links. Und dann die nächste rechts. Und dann das zweite Haus nach Süden. Bist du der Heiler? Und bitte, hab keinen Urlaub oder so. Ja, du bist der Heiler. Hey, wie ich das gefunden habe. Jetzt seid ihr Puff. So, Geistheilung bitte. Baba. Äh, dann vor allem Geistheilung J.B.O. Dragon. 52. Und dann darf Okami auch noch einmal. Und Lord Silver Fox. So, und Frank, ähm, kommt so gut klar. Wow. Okay. Dies hat reingehauen. So, dann aber eigentlich wollten wir zu Soma. Und dafür gehen wir nach Westen, bis es nie mehr geht. Dann die übernächste rechts. Hier. Und dann, eins, zwei, das dritte Haus nach Süden. Denke ich mal. Seine Frau öffnet und fragt, habt ihr eine Nachricht für Soma? Ja, von Lapa jetzt. Die Haushälterin führt euch zu Soma. Ihr kommt also vom Ortsvorsteher. Ich kann euch bei der Bekämpfung der Seuche leider nicht helfen. Nehmt dieses Buch. Es wird euch weiterhelfen. Wenn wir es lesen können. Auf der letzten Seite des Buches findet ihr eine Notiz. Ihr werdet beschattet und ich werde abgehört. Nehmt den Schlüssel aus dem Buch und gebt ihn Narim. Geht dann zu meinem Haus im Südprataya. Euer Soma. Ah, okay. Jetzt haben wir den Schlüssel für Narim. Wow. Sind wir hier der Schlüsseldienst? Im Einwand des Buchs ist eine Vertiefung zu sehen. Dort befindet sich ein Schlüssel. Halleluja. Okay, dann, er wird überwacht. Narim war im Tempel, ne? Also nicht in seinem Haus, sondern im Tempel. Und der Tempel war wo auch immer. Lass mich mal überlegen. Tempel, Tempel, Tempel. Ich glaube, der war da unten. Ganz vage Vermutung. Wir gehen mal nach Osten, bis es nicht mehr geht. Gehen dann nach Süden. Und gehen dann eins, zwei, drei, die vierte nach links. Eins, zwei, drei, vier nach links. Und dann müsste es hier sein. Ja. Tempel. Ja, sehr schön. Zumindest war Narim das letzte Mal dort. Ihr werdet von einem Wächter am Tempeltor zu seinem Chef Narim geführt. Genau. Habt ihr einen Schlüssel für mich, fragt Narim. Hastig. Ja, haben wir. Gut. Ihr erhaltet zum Ausgleich diesen Schlüssel von mir, der euch Zugang zu Somas Haus in der Kenda-Allee verschafft, die ich dann auch mal wieder suchen muss. Aber ja. Okay. Und. Moment. Wir gehen zu Somas Haus. Boah, wo war denn das noch? Ähm. Das war, Soma war ja oben im Süden, so Kenda-Straße, hat er gesagt. Äh, wo ist denn die Straße? Ähm. Hm. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, da. Nee, die Straße heißt anders, aber ich glaube, da war das. Ähm, das. Achso, wir sind ja in der Karte. Doch, das ist. Das, doch, doch. Na gut, das heißt dann halt, in welch auch immer Sprache diese Karte verfasst, ist einfach anders. Aber das ist ja egal. Wir wissen, das ist die Straße runter. Und wenn wir das Ende gefunden haben, zählen wir nochmal rückwärts und finden das richtige Haus. Und haben vorher noch einen Encounter. Nein, wir möchten nicht, dass ein Geist uns auf den Geist geht. Sehr schön. Ups. Äh, Entschuldigung. Wir haben uns nicht in der Tür gehört. Okay, jetzt stehen wir vor dem letzten Haus. Dann ist es eins, zwei, drei, vier rückwärts und dann im Süden. Das war doch, glaube ich, das verschlossene Haus. Und es wird dunkel. Mit dem Schlüssel des Narem lässt sich die Tür öffnen. Es ist ein Raum zu erkennen, dessen Wände mit Porträts und Parolen beschmiert sind. Ein Porträt ähnelt Soma. Ansonsten scheint das Haus leer zu stehen. An der Decke befindet sich eine schiffrierte Parole. Ähm. Okay. Äh, gib mir mal wieder eine Sekunde, dass ich das dann mal kurz in Ruhe entschlüsseln kann. In einer Sekunde wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Äh, gleiches Verschlüsselungsverfahren. Immer jeweils den ersten, zweiten, dritten und so weiter Buchstaben lesen. Und, äh, dann steht da, brecht ein Stein unter dem Bild des Magiers heraus. Aus der Beschreibung des Raums wissen wir, dass da ein Bild von Soma hängt. Soma wissen wir, dass das ein Magier ist. So, und ein Stein unter dem Bild des Magiers. Also, ähm, wieso hängt man im Mauszeiger? Moment. So, jetzt ist wieder Bewegung im Mauszeiger. Also Parolen suchen, weiß ich nicht. Bild untersuchen, wäre wahrscheinlich die erste Wahl. Ja, aber nachdem wir das gelesen haben, würde ich eher sagen, die Wände abtasten. Weil wir einen Stein rausziehen sollen. Nach kurzem Suchen findet sich ein lockerer Stein unter dem Bild des Somas. In der Mulde befindet sich ein goldener Runenring. Hm, okay. Ihr spürt eine ungeheure magische Energie. Ähm, dann knallt mir mal und gehen mal raus und schauen mal, was wir dort gefunden haben. Müsste bei JBO Dragon gelandet sein. Ja, einen Runenring. Kannst du den anziehen? Ein Runenring kann überhaupt nicht benutzt werden. Na, Glückwunsch. Na, Rimschlüssel haben wir noch. Hm, was machen wir jetzt? Wir haben ja noch das Problem der Fischseuche. Also wir wissen, dass Soma und Radin für die Fischseuche beauftragt wurden. Aus irgendwelchen Gründen können wir Narim töten. Sollen wir das mal machen? Weil Soma wird ja offensichtlich abgehört. Und durch den haben wir jetzt den Runenring bekommen, von dem wir nicht wissen, was wir machen sollen. Wir können, weil, wobei, ähm, Radin wollte ja auch einen Brief von uns haben. Und wir haben beim Postmeister, haben wir auch wieder einen Brief an Soma gelesen, der wohl, Genau, der, weil der andere Typ da nachfragt, warum Soma sich nicht gemeldet hat. Weil Radin, beziehungsweise Tibuk hieß, glaube ich, der andere, den Brief abgefangen hatten. Der Radin ja eigentlich ja auch beschuldigt. Wir schauen mal wieder bei Radin vorbei. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. So, wir sind jetzt in dieser Straße. Dann müssen wir mal ein Stückelchen nach Osten. Ne, ein Stückelchen nach Westen. War richtig. So, bis zur Kreuzung dann nach Süden. Und dann die übernächste links. So, und da war Radin in, ich glaube, diesem Haus. Radin, genau. So, ja, das große R. So, Nachricht geben oder Radin bekämpfen. Also Nachricht geben könnte ich mir vorstellen, dass wir dann vielleicht von dem Brief auf der Post erzählen, der vielleicht dann auch noch abgefangen werden könnte und auch nicht Soma erreicht. Der ja sowieso überwacht wird. Also Soma scheint handlungsunfähig zu sein und Radin könnte sich ja eigentlich um die Fische kümmern. Aber irgendwie ist das für ihn kein Thema. Hm. Ich finde, er hat Dreck am Stecken. Wir bekämpfen ihn. Wenn das mal gut geht. Um Radin bildet sich eine weiße Wolke. Als sich diese wieder auflöst, ist er verschwunden. Na gut, wieso mache ich mir den Kopf? Was passiert, wenn wir wieder reingehen? Ist er wieder da? Danke, Spiel. Und was passiert, wenn man ihm die Nachricht gibt? Leider muss ich euch enttäuschen. Mein Ring ist mir neulich beim Besuch meines Freundes Goran in der Straße der Magie abhandengekommen. Wir konnten ihn nicht mehr finden. Moment. Besuch meines Freundes Goran in der Straße der Magie. Wo ist denn die? Wer war nochmal Goran? Hm. Vor allem, welcher Ring ist es? Oder ist das... Nee, das kann nicht der Runenring sein, den wir haben, oder? Ja. Ähm. Somit bin ich nicht in der Lage, mich der Magie zu bemächtigen. Bei diesen Worten verschenkt Radin die weiß behandschuhten Hände und bringt uns nach draußen. Ach so, wenn er kann... Deswegen kann er nichts wegen der Fisch solche machen. Okay, das... Oh Gott, und ich wollte ihn umbringen. Äh, tut mir leid Radin und... Oh, ich schicke ich mal die Pause. Und... Ähm. Zerbreche mir nochmal ein bisschen mein Köpfchen. Also, bis gleich. Ganz. Und dann verschen premium.